. . . . . . . Wie heißt du? Ich heiße Iris. Ich heiße Karl. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Was, Iris? Ja, warte mal, aber die hören alle zu. Ich find es gar nicht so heiß, ich will sie immer erzählen. Du kannst ja gar nicht aufhören, Riedel. Wollen auch Sie einen Abend mit Karl Dahl verbringen? Das ist doch eigentlich unwichtig, was in diesem Koffer drin ist. Donnerstag, 20.15 Uhr. Morgens, halb zehn in Deutschland. Einfach mal abschalten. Kaffeepause. Den Hammer hinlegen. Einen Happen essen. Knoppers. Frische und knusprig gebacken. Genau richtig, morgens halb zehn in Deutschland. Knoppers, das Frühstückchen. Das Gefühl von Sand. Der Schimmer von Seide. Hautnah von Niver. Niver Milk und Niver Lotion. Für Haut wie Sand und Seide. Und jetzt setzt Milka-Lila-Pause noch eine drauf. Die neue Milka-Lila-Pause Vanilla Nut. Locker leichte Vanillecreme mit Haselnussstückchen in zarter Milka-Alpenmilchschokolade. Die neue Milka-Lila-Pause Vanilla Nut. Schlag zu. Die schönsten Posen sind Lila. Wow. Hallo. Bitte? Ein Shake. Für mich Espresso. Und... Ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel. Die ist verwöhnt. Hey. Ladies, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind die lang. Aber Schwester, Duplos sind so lang. Duplo? Ja, für die einen ist es Duplo. Für die anderen die längste Praline der Welt. Verständlich. Männer mit Fantasie. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Guten Abend.